Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdownpad. Wir spielen dieses Mal wieder Oberstier und heute besteht unser Team aus einem Choice Guard GU, einem offensivwerten Fluttermane, einen physisch defensiven Toxic Packs mit dem Aject Button, das heißt, wenn er von einer Attacke getroffen wird, dann dürfen wir oder müssen wir automatisch wechseln, dann haben wir noch einen offensivwerten Iron Thread mit Erdbeben, Iron Hand, Rapid Spin und Knock Off. Ich bin gespannt, wie das Ding ist, dieses Ding Wall zum Beispiel oder ist ein Hard Counter gegen Miraydon, Toxic Packs ist unser Hard Counter gegen Koraydon, dann haben wir noch ein Choice Guard Koraydon, was auch die Sonne rauslegen will, soll oder muss, denn wir haben ja auch ein Sonneteam, könnte man sagen, denn Jiu, Flutterman und Walking Wake profitieren ja davon. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Choice Pack Walking Wake mit einem mäßigen Wesen für den maximalen Damage Output. Unser Gegner hat es Fadra, Despotas, Cycelsar, Houndstone, die Entwicklung von Prime Ape und Koraydon. Gut, wir leiden einfach mal mit Koraydon, um die Sonne rauszulegen, wir Jiu-Turnen hier raus. Wir könnten theoretisch was anderes machen, aber wir gehen jetzt einfach mal in Toxic Packs und als Ranglot, das können wir automatisch rauswechseln. Und so, die Frage ist, wir gehen einfach mal in Jiu und drücken einmal Overheat, obwohl ich, wir drücken einmal Terra Overheat oder drücken einmal Overheat. In der Sonne macht die Attacke insane Schaden. Ich denke, Despotas bekommt trotzdem 30-20%. Okay, das ist offensiv fest ein Despotas, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Gut, er kann die Rocks rauslegen und wir können einfach in Koraydon wieder gehen. D-Dance, wir sind immer noch schneller. Close Combat will ich hier eigentlich nicht drücken, wir gehen auf die Jiu-Turnen. Und wenn der Drachentanz ist, kann der nicht Offensivwürste sein. Dann muss der eigentlich voll speziell Defensiv sein und ich überschätze einfach Jiu, das kann auch sein. Obwohl ich das eher bezweifle. Mit der Jiu-Turnen machen wir guten Schaden und er wechselt nicht mal raus. Ähm, ja, das heißt, wir gehen in Toxapex oder geht auf hier auf EQ, Grunge, macht Null Schaden. Deathdrop ist das ein bisschen blöd, das heißt, wir gehen in Koraydon und killen jetzt mit der Kehrtwende. Okay, wir könnten auch auf Close Combat einfach gehen, aber dieses Mal gehen wir auf die Kehrtwende, denn er wird dieses Mal rauswechseln, ja, in Enhilate. Und wir können hier einfach in Walking Wake gehen und ein Pokémon stirbt durch Hydrosteam. Terrahydrosteam oder drücken wir, wir drücken einmal Drachometeor. Okay, das Enhilate stirbt leider nicht, Drain Punch macht keinen Schaden. Mit dem nächsten Drachometeor bekommt irgendein Pokémon immer noch ein bisschen Schaden, gut. Beginnt es mit dem Koraydon, ist das ein Rest, Sleep, Talk, Deathbutter. Okay, er geht wieder in den Enhilate, das heißt, wir gehen einmal auf Flair Blitz, um das Enhilate zu besiegen. Gut, ein bisschen Recoil haben wir bekommen, aber das ist immer noch akzeptabel. Esfartra, ist esfartra ein Problem? Eigentlich dürfte das kein Problem sein, denn wir haben ein Iron Threads. Cycle-Zar, okay. Gut, der kann Shed-Tail drücken. Ehrlich gesagt drücke ich hier Flair Blitz, dass er nicht Shed-Tail drücken kann. Das war gewagt, wir gehen nochmal auf Flair Blitz. Es bekommt Tita etwas Schaden. Aber ich finde, das war der richtige Blitz. Natürlich, Erduration Raider, das ist ein bisschen blöd, aber das passt schon so. Jetzt gehen wir in... In Toxapex, würde ich mal sagen. Er geht in Cycle-Zar, okay. Toxicspikes, schätze ich ja. Esfartra, ist esfartra ein kleines Problem? Wir können in Iron Threads oder müssen in Iron Threads gehen und gehen gleich mal auf Erdbeben. Wir sind... Wir haben die Offensivweste. Okay. So, Knock-Off können wir drücken. So, jetzt drücken wir... Terra Ground, wir dürfen das nicht machen. Ähm, ja, wir gehen auf Erdbeben. Oder wir gehen dieses Mal auf Knock-Off. Hoffentlich Terra kristallisiert er sich nicht. Das wäre es nicht so schön. Knock-Off hier zu drücken ist sehr gut. Und wenn er sich jetzt nicht Terra kristallisiert, ist das für uns jetzt immer noch besser. Okay, wir tanken eine Attacke zum Glück und wir killen das Pokémon. Ob der Volltreffer notwendig war, ich nehme ihn auf jeden Fall. Aber wirklich, der hat drei... Also, ich habe großen Respekt von Houndstum und natürlich Esfartra gut. Hier gehen wir einfach mal auf Erdbeben. U-Turn raus, aber ein Pokémon bekommt ein Free Erdbeben ab. Die Attacke wird auf jeden Fall etwas Schaden machen. Die Poison ist auch sehr gut. So, das ist guter Schaden. Iron Threads brauchen wir nicht mehr. Ja, okay, klar, die U-Turn killt uns. Aber jedes Pokémon wird gepoisoned. Cycle Thard. So, G.U. ist Troy Scarf. Wir könnten jetzt... Wir gehen aber hier in Choraidon. So, das Houndstum ist vom Typ Ghost. Wir können hier Drachenklaue drücken und das Cycle Thard besiegen. Sehr schön, gut. Und das Despotor schläft noch. Aber das ist eigentlich hier akzeptabel. Fluttermane brauchen wir... So, Choraidon brauchen wir als Choice Garfuse gegen Houndstone. Auf jeden Fall. Fluttermane ist es nicht mehr so wichtig, finde ich. Es ist wirklich eine Fleet Top Crunch Variante. Ich glaube, das spielt man nicht so, aber das ist ein interessantes Set. Nennen wir es mal so. Sowas kenne ich zumindest nicht. So, Peter D-Dance. Obwohl, das war jetzt nicht so gut. Wir sind immer noch schneller. Das ist ein speziell defensives... Despotor mit Crunch Drachentanz. Fluttermane könnte ein guter Counter gegen ihn sein. Toxapex brauche ich noch. Chiyu ist nicht mehr so wichtig, also opfen wir Chiyu. Ja, Choraidon. Und hier drücken wir immer Terra Kristallisierung Flammenblitz. Wir sind schneller und mit Terra Flammenblitz können wir auch das Houndstone besiegen. Weil eins weiß ich, ich muss mal ein Team dieses Pokémon bilden. Das Pokémon ist einfach so interessant. Der nächste Gegner hat Mirai-Dun, Chinpao, Iron Valiant, Gramov, Fluttermane und Chiyu. Wir gehen mit Choraidon gleich rein. Choraidon ist, finde ich, ein sehr gutes Lead-Pokémon. Auch wenn er erfahren, gleich erfährt, dass wir Treska sind. Aber ich finde, das ist einfach ein sehr gutes Lead. So können wir auch gleich die Sonne rausholen. Und so werden ja auch ein paar Pokémon supported. So, der Gegner leadet mit einem Gramov. Da können wir eigentlich gleich Flammenblitz drücken. Und das Gramov One-Shotten, sehr schön. Sehr viel Chip, wegen Rocky-Helmet und so. Aber das passt schon. Gramov ist weg. Gramov war jetzt nicht die größte Bedrohung, aber für Aaron Fritz. So, Chiyu, da gehen wir in Toxapex. Darkpulse macht guten Schaden. A-Check-Button, wir wechseln raus. Wir gehen jetzt einfach mal in Walking Wind. Nein, Walking Wind ist langsamer. Ähm, Choraidon. Ist Choraidon der Play? Ja, ich denke, Choraidon ist auf jeden Fall der Play. Close Combat wäre ja vielleicht eine gute Idee. Aber wenn er in Flutterman geht, wenn er in Flutterman theoretisch geht, ist das ein Problem. Wir haben Aaron Fritz. Aber Aaron Fritz brauche ich auf jeden Fall für das... Ähm, wir gehen hier auf die U-Turn. Wenn er hier drinnen bleibt, gehen wir in Aaron Fritz. Okay, er wechselt raus in Chimpao. Gut. So, wir haben aber noch einen Joy Scarf User. Und deshalb gehen wir hier auf Flames Rod, dass die Attacke sicher trifft. Sehr schön. Gut. Aaron's Valiant profitiert nicht von Quark Drive, aber das Fluttermane. So, der beste Step von Flutterman ist ein spezieller Angriff. Okay. Also, ich finde es richtig cool, dass man offensiv erst in Flutterman irgendwie spielen kann. Das Ding wallt ja zum Beispiel Mirai Don. Halbwegs zumindest. Es tankt eine Attacke und kann das Ding vielleicht dann one-shotten. Denke ich zumindest. Joy Scarf, Mirai Don ist auch nochmal gut. Und ist wahrscheinlich sehr wichtig, dass das Iron's Valiant ist. Das Problem, ich glaube, unser Toxipex ist gut. Generell muss ich sagen, die Toxic Spikes auf den Pokémon sind richtig gut. Man kann das Ding ja anders auch noch spielen. Aber ich finde, eine Toxic Spikes Variante ist richtig gut. Denn es gibt jetzt nicht so viele Rapid Spinner, Defogger schon. Aber dann verzichtest du eine Runde. Und ich finde, im Obersttier auf eine Runde zu verzichten, wo man nur die Hazards entfernt, ja, die kann sich auswirken, dass man ein ganzes Pokémon verliert. Und die Toxic Spikes sind ja erst auch nicht so bedrohlich für die meisten Leute, denke ich zumindest. So, der Gegner ist in Iron Valiant gegangen. Wir gehen einfach mal in Toxipex. Schwertanz. Wir gehen auf Haze. Er hat Psycho-Cut. Psycho-Cut auf dem Pokémon ist interessant, finde ich. So, Coraidon ist schneller und hier müssen wir wieder Flair Blitz drücken. Terra-Feuer wird nicht benötigt, denke ich. Das Iron Valiant können wir so schon one-shotten. Sterben wir durch ein Recoil-Jahr. Das ist jetzt nicht so schön, okay. Wir gehen jetzt einfach mal in Walking Wake. Das Pokémon wird jetzt in diesem Kampf jetzt nicht mehr so viel reißen und vielleicht reißt es in der Sonne jetzt noch irgendetwas. So, mal überlegen. So, Walking Wake kommt rein in Fluttermane. Das ist gut. So, Terra Water Hydro Steam. Oder mal überlegen. Ja, Terra Water Hydro Steam. So, mit Tank geht er sogar auf Call Mine, okay. So, wie viel macht die Attacke? Holy Shit, das ist ein Mordschutz. Ja, Joy Specs mäßiges Wesen. Protosynthese. Terra Water Walking Wake. Hier wechseln wir in Iron Threads. Wir haben off-sie festen Iron Threads. Quark Drive Speed Boost ist auch nochmal cool. Jetzt sind wir schneller als in Mirai-Don und wir können jetzt Erdbeben drücken. Aber in Iron Threads wollt auch jedes Double Dance Set von Mirai-Don. Außer der spielt Terra... Terra Feuer Overheat. Aber dieses Ding würden wir trotzdem noch sehr effektiv mit Erdbeben treffen. Ich merke gerade, Iron Threads ist wirklich ein richtig guter H-Counter gegen dieses Pokémon. Wir treffen es mit Erd. Okay. So, der Gegner geht auf Drachenpuls, macht keinen Schaden. Jetzt können wir auf Eisenschädel gehen und das Mirai-Don besiegen. Mhm. Ein Double Dance Set hat jetzt nicht so viel gegen einen Iron Threads, offensiv festen Iron Threads zu melden. Man könnte auch ein speziell defensives Iron Threads spielen, aber... Wenn man Walking Wake im U-Bau spielen soll, ob das jetzt funktioniert, sollte man eher ein offensiveres Team spielen. Deshalb spielen wir einen offensiv festen Iron Threads. So, der nächste Gegner hat ein Mirai-Don, Koray-Don, Flutterman, Iron Threads, Great Tusk und Walking Wake. Ähm... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit Walking Wake leaden soll. War das richtig? War das richtig? Ich glaube schon. So, Terra Water Hydro-Steam. Ist das ein guter Tausch? Vielleicht. Oh, der tankt die Attacke damit. Ähm... Platterman. Okay. Kollisionskurs, okay. Gut, jetzt gehen wir einfach mal in unser... Chi-Yu und drücken... Fire Blast, um das Koray-Don zu besiegen. Oder ein anderes Pokémon wird hart angechippt. Wir könnten auch auf Overheat gehen. Ah, warum? Ich wollte gerade auf Overheat gehen. Natürlich trifft Fire Blast jetzt nicht. So, Koray-Don und Wrangler. Das ist jetzt nicht so gut, dass... Ich meine Terra schon vergeudet habe. So, wir gehen in Iron Threads. Oder in... Nein, wir müssen in Iron Threads hier gehen. Walking Wake will ich mir noch behalten. Ist schnell als Great Tusk. Und wenn wir das Pokémon in Great Tusk rein... Obwohl, wir sind sogar langsamer, oder? Ja, okay, wir sind schneller als Great Tusk. Trotzdem. Okay. Koray-Don und Flare Blitz. Okay, das ist offensiv. Okay. Mit zwei Flare Blitzen können wir das Great Tusk... Oder geht es den Walking Wake? Okay, gut. So. Er spielt den Speed Walking Wake. Das werde ich auch nochmal ausprobieren. So, wir gehen in Toxa Packs. Das Ding wird nicht getushtet, oder? Nein. So. Jetzt gehen wir auf die Toxic Spikes. So, brauchen wir Toxa Packs noch eigentlich nicht mehr. So. Terra hat er, wie gesagt, noch nicht vergeudet. Wir gehen jetzt wieder in unser Koray-Don und drücken Los Combat. Solange er nicht in Flatterman geht, ist alles in Ordnung. Perfekt. Gut, jetzt kann er aber in Flatterman gehen. Ja, wie gesagt, wir opfern unser Pokémon. Jetzt kommt unser Koray-Don wieder rein. Und Flair Blitz. So. Kann unser Flatterman gewinnen? Haben wir irgendwas gegen Iron Fretz? Nein. Warum spielen wir Psycho-Schock? Wir spielen Mystic Fire. Dammit. So, hier holen wir immer Flatterman rein. Wir tragen die Offensive fest. Vielleicht hilft uns das hier was. So. Ein spezieller Angriffs-Boost, der ist sehr gut. So, Iron Fretz. So, mal überlegen. Speziell Defense-Boost. Hier geben wir Spukball und wir machen null Schaden. Bitte tank eine Taki Flatterman, schade. So, wir müssen jetzt immer Close Combat swammen, um zu gewinnen. Great Task ist down. Ich glaube jetzt nicht, dass wir einen Mirai-Don mit einem Nahkampf besiegen. So, wir werden aber noch etwas ändern. Wir spielen mal ein... Okay, wir haben schon den nächsten Genie gefunden. Egal. So, Close Combat. Äh, okay, der besiegt mich. Ja, gut. So, der nächste Gegner. Ich glaube, gegen den haben wir vor kurzem schon gespielt. Ja. Esfartra, Koraydon. Ich will schon wieder Primap sagen. Nein, es ist ein Anilay Pounce und Tyraniton Cycle-Sat. Gut. Wir lieben mit Walking Wake wieder. Oder? Nein, Koraydon hat so gut funktioniert. Ah, Terra-Feuer. Ist das der Play hier? Terra... Ja. Ich will nicht Kalken erstrunden kill. Das ist immer schön. Auch wenn wir 41% Chip-Damage bekommen haben. Holy shit. Ja, das macht schon Schaden. Aber, ja. Ich wollte hier jetzt den Schaden haben. So, Koraydon. Da wechseln wir raus. Da können wir, wie gesagt, den Zog-Specs gehen. Es frisst einen Hit. Okay. Das ist jetzt nicht so gut, weil er in Newton geht. Egal. Wir gehen in Chiyo. Der ist Scarf. Okay. Newton wirkt nicht mit dem A-Check-Button. Ähm... Overheat? Chiyo finde ich in diesem Kampf jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, aber Chiyo gefällt mir einfach so gar nicht. Ich glaube, das ist schon der zweite Part. Mindestens der zweite Part. Wo ich dieses Ding spiele und das gefällt mir jetzt nicht so. So, das ist ein speziell defensives Crunch-Tita, wie wir schon wissen. Da können wir jetzt einfach in Walking Wake gehen. Er geht in Koraydon. Okay. Und wir gehen einfach mal auf Draco Meteor. Er hat keinen Draco Meteor Switch-In. Auch das Tita ist kein Draco Meteor Switch-In. Außer Betreffend natürlich nicht. Das ist etwas anderes. Gut. Jetzt gehen wir einfach mal in... In Toxa-Packs. Und drücken Toxic Spikes. Die sind ja gut gegen ihn. Ehrlich gesagt, können wir mit Investation das Tita besiegen. Können wir mit Investation das Tita besiegen. Okay. Er schläft wieder zwei Turns. Jetzt können wir einfach mal in... Koraydon gehen. Bitte nicht Crunch. Drachentanz ist in Ordnung. Und jetzt gehen wir einfach mal auf die Drachenglaue. Das ist ein Micron Play. Tita bekommt Schaden. Das wird Getu-Shotter. Hoffentlich. Oder hat er die Übereste? Nein. Crunch tanken wir sehr schön. Nochmal Dragon Glow. Flare Blitz sollten wir jetzt nicht mehr spammen, wenn wir Koraydon behalten wollen. Okay. Esfadra. Mhm. Ein Plus-Eins-Co... Also ein Scarf-Co-Reitern ist schneller als ein Esfadra. Auch wenn er Protected. Nein. Hat er das überhaupt Speed Boost? Hätte er sonst nicht in der letzten Runde schon einen Speed Boost Boost bekommen? Also einen Speed Boost Boost bekommen. Tempo-Schub-Boost. Das klingt besser. Also im Deutschen klingt das besser. So, da gehen wir in Toxapex. Newton. Okay. Cycelsar. Okay. Gut. Und die gehen einfach mal auf Invitation. Welches Pokémon will der gehen? In Houndstone. Ist das ein Problem? Recover drücken wir einfach mal. Denn ich will wissen, wieviel Schaden der mit Last Respects macht. Null Schaden. Und den können wir ja dann ausstallen. Okay. Er geht in Choraidon. Ihr habt gesehen, dass das nichts bringt. Wir gehen auf Invitation. So. Kommt das Cycelsar unter 50% in dieser Runde? Ich hoffe. Sehr gut. So. Der kann Knock Off. Ist das ein Problem? Na okay. Ist überhaupt kein Problem. Wir gehen weiter auf Invitation. So machen wir Chip. Tita kann Rest drücken. Aber dann gehen wir einfach in Walking Wake. So. Jetzt gehen wir in Walking Wake. Er kann natürlich jetzt auf Rest gehen. So. Und wir können jetzt einfach mal Hydro Steam drücken. Joy Specs Hydro Steam. Macht doch ohne der Sonne Schaden. Cycelsar ist weg. Sehr schön. Aber Cycelsar ist trotzdem im Oberst ist es nicht so gut. Houndstone. Okay. Yay. Jetzt 2 shottet der auf jeden Fall mein Toxpex. Und wir opfern jetzt unser GU. Gut. Jetzt können wir in Corridon gehen. Und. Und. Wir U-Turnen hier. Ich brauche die Sonne noch gegen das Houndstone. Wenn er drinnen bleibt. Werfen wir ein anderes Pokémon ab. Aber hier können wir in Walking Wake gehen. Und hier können wir jetzt schon wieder einen Kill forcieren. Die Toxic Spikes sind wirklich gegen unseren Gegner sehr gut. Und kein Pokémon will in Joy Specs. Schaden von Walking Wake fressen. Wirklich gar keins. Corridon. Spezial Angriffsboost sogar. Weg mit dir. Ja. Hier gehen wir in. Fluttermane und predicten die Drachenattacke. Okay. Der Spezial Angriffsboost ist auch noch nett. Hier können wir einfach mal eine Mondgewalt spammen. Auch wenn wir keinen Spezial Angriffsboost bekommen. Crunch würden wir tanken. D-Dance ist uns hier egal. Nochmal weg mit dir. Aber ich finde es immer noch so funny. Ein speziell defensives Teeter mit Rest. Was auch noch Drachentanz kann. So. Wir gehen hier auf dem Mondgewalt. Second Fluttermane. Wir brauchen das Pokémon nicht mehr. Aber ich muss sagen. Offensives Fluttermane mit der Offensivweste gefällt mir. Das Pokémon kannst du immer in eine spezielle Attacke reinwechseln. Leider hat es nicht so viele KP. Wir haben genug Speed und Pokémon Base Speed. 100 Sword Speeden. Wahrscheinlich für Palafin könnte ich mir vorstellen. Gibt es in OU sonst welche Pokémon? High Dragon. Aber das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Für Type Lotion wohl Corona vielleicht. So. Last Respects killt uns. Wir gehen in Choraidon. Drücken hier Flare Blitz. Und dann hätten wir dieses Game auch gewonnen. So Walking Wake bekommt den letzten Kill. Draco Meteor them all. Okay. Walking Wake stirbt. Und dann haben wir diesen Kampf durch das Gift gewonnen. Sehr schön. Ja, Leute. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Chiyu hat mich jetzt leider noch nicht überzeugt. Joy Specs Walking Wake ist gut, könnte man sagen. Ob es mit einem Scheunwiesen noch besser ist. Mal sehen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.